Yo Leute, Ludwigs wird am Start hier und mit einer neuen Folge ARK Tutorial Evolved und heute soll es darum gehen, wie man denn schnell Kristall bekommt und das ist eigentlich relativ simpel. Ihr begebt euch am besten zu dem Berg, wo ich gerade bin, also dieser Vulkan und der andere Berg, also so der Berg dazwischen. Zudem müsst ihr euch begeben und dann seht ihr auch schon eigentlich viel Metall auf jeden Fall, aber auch hier sehr viele Kristallvorkommnisse. So, es ist zwar leider nicht so easy an Kristall zu kommen, weil es halt nicht überall spawnt, aber ihr müsst einfach mal die Berge ein bisschen abklappern, dann bekommt ihr immer etwas Kristall. So, ich habe jetzt zwar eine Steinspitzhacke, aber benutzt dann einfach eine Metallspitzhacke, dann bekommt ihr da auch viel mehr Kristall raus, als wenn man jetzt mit einer Steinspitzhacke draufkloppt. Denn ich bekomme, glaube ich, so wie es aussieht, gar kein Kristall. Aber es soll ja nur darum gehen, dass ihr wisst, wo die Spots sind. Dass ich da jetzt kein Kristall rausbekomme, ist ja jetzt eigentlich irrelevant. Ihr wisst halt, ihr solltet bloß wissen, dass es hier auf dem Berg eigentlich ziemlich viel Kristall gibt. Und wenn ihr ein Gewächshaus wollt, dann solltet ihr schon, schau, ihr seht hier, ist mal wieder Kristall. Ihr solltet schon ein bisschen auf den Berg hier mal schauen, weil hier habe ich zumindest viel, 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 viel Kristall gefunden. Also da hatten wir, glaube ich, mit einer Farmtour hatten wir unser Gewächshaus. Das ist natürlich auch abhängig davon, wie viel jetzt da spawnt. Also meistens spawnt er aber relativ viel. Ey, du scheiß Weaver, jetzt lande doch mal. Hallo. Ja, es ist halt jetzt so das wichtigste Baumaterial, das du brauchst. Also hier, da kriegst du schon echt viel, da würdest du schon echt viel Kristall rausbekommen. Aus so einem, aus so einem Kristallvorkommnis. Und ja, was ihr dann sonst noch braucht, ist halt Zement. Aber da solltet ihr euch mal das schnell Zementfarmen von mir anschauen, da habe ich auch schon ein Tutorial gemacht. Was unglaubliche 1400 Aufrufe hat, da habe ich mich brutal drüber gefreut. Vor allem, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass diese ganzen Abos von diesem Video kommen. Also hier diese 200 Abos, die ich ja dazu bekommen habe. Ja, es auf jeden Fall hat mich mega gefreut. Und ja, ich würde auf jeden Fall arg weiterführen. Es ist bloß die Sache halt, dass Ragnarok ziemliche Verspätung hat, was PS4 betrifft. Und deswegen wird das halt erst ein bisschen später kommen. Aber das soll es auch mit dem Schnellkristallfarm gewesen sein. Also ihr seht auf jeden Fall, hier auf dem Berg müsst ihr halt schauen. Oder ihr geht in eine Höhle. In der Höhle findet ihr auch Kristalle, aber... Ich finde es immer chilliger auf Bergen, weil in der Höhle gehe ich nie so gerne hin. Also ihr müsst halt Glück haben. Manchmal ist hier nichts, manchmal ist hier ganz viel, aber... Ja, ihr müsst halt Glück haben. Oder wenn ihr Obsidian braucht, seht ihr hier diese ganzen Steine hier, die wo so wie geleckt aussehen. Das sind alles... Oh, das ist ein Rexi. War der vorhin auch schon da? Ja, das sind auf jeden Fall alles so Obsidiansteine. Na dann komm mal her, Freundchen. Komisch, den habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Ach, Level 1er Rex. Tja, hast halt keine Chance, Freundchen. So, dann war es das auch mit der Folge. Dann verabschiede ich mich und... Ja, lasst ein Abo oder ein Like da. Wäre nett. Ach so, der Rex hat noch einen Gegenstand. Ach ja, die Rexarme, das weiß ich ja. Ja, und tschüss.